Hi der Mario von Musikmesser TV, das ist der Crush CR60C, ein neuer Transistorvorstärker von Orange und ob der nach fetter Röhrenpower klingt, das erfahrt ihr jetzt. Hi der Mario von Musikmesser TV, das ist der Randall RD40C und wie der klingt, das zeige ich euch jetzt. Grandmeister 36 heißt der neue M, der seit einiger Zeit für Begeisterung sorgt und in Sachen kontrollierbarer Röhrensound neue Maßstäbe setzt. Hi der Mario von Musikmesser TV, dass es nach dem Tube Meister 5 und dem Tube Meister 18 noch eine Steigerung gibt, das haben Jus und Kettner bewiesen mit dem Tube Meister 36. Hi der Mario von Musikmesser TV, ich habe heute den neuen Fox Night Rain 50H G2 hier. Hallo der Mario von Musikmesser TV, ich möchte euch heute den HD 5R von Bexler vorstellen. Hallo der Mario von Musikmesser TV, ich habe heute hier den Marshall SL5, ein neuer Vollröhrenverstärker, der in Zusammenarbeit mit Slash entwickelt wurde. Hallo der Mario von Musikmesser TV, ich habe hier eine Ladgitarre, der französische Hersteller hat sich ganz was Besonderes einfallen lassen, er hat Motorsport und E-Gitarre zusammengebracht. Hi der Mario von Musikmesser TV, heute mit einer Ramos Pantera, sie gehört ja mittlerweile zum Klassiker des deutschen Gitarrenherstellers Ramos.